Herzlich willkommen beim Powerlicht-Podcast für dein Leben mit mehr Energie. Ich bin Andrea Wiedau, deine Gastgeberin auf dieser Reise zur Lebensfreude, Energie und Gesundheit. Als Life-Coach, Resilienz-Coach, Autorin und Überlebenskünstlerin persönlicher Krisen weiß ich, wie wichtig es ist, die richtigen Werkzeuge und die richtige Einstellung zu haben, um Herausforderungen zu meistern und in der eigenen Energie zu bleiben. In diesem Podcast wirst du inspirierende Geschichten von Frauen hören, die trotz aller Krisen ihren Weg gefunden haben, in ihre Energie gekommen sind und dank ihrer Resilienz ein erfülltes Leben führen. Sie teilen ihre wertvollen Erkenntnisse, die sie auf ihrem Weg zur Resilienz gesammelt haben. Und natürlich werde ich auch meine eigenen Erfahrungen und Tipps mit dir teilen, damit auch du dein Leben mit mehr Energie und erfüllt führen kannst. Herzlich willkommen zur heutigen Powerlicht-Podcast-Folge. Es ist so schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, es ist gerade eine herausfordernde Zeit und genau darum geht es heute in dieser Folge. Ich nehme euch mal ein bisschen mit, was gerade so los ist, was ich bei meinen Kunden, Kundinnen, aber auch bei mir selbst feststelle. Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir das Gefühl haben, und das hast du vielleicht auch, dass alles hinterfragt wird, dass es sehr, sehr turbulent ist, stürmisch ist, Themen hochkommen, an denen du vielleicht schon gearbeitet hast, wo du dachtest, die sind längst erledigt, oder auch neue Themen hochkommen, die dich verunsichern. Und wo du einfach merkst, puh, jetzt darf ich mir noch mal so gewisse Dinge anschauen. Es fühlt sich manchmal wie so ein bisschen im Auge des Sturms an oder wie in so einem Wirbelwind. Und die Tage rinnen dahin und die Energie schwindet. Also du fühlst dich erschöpft, lustlos und die Freude fehlt dir vielleicht. Und die Folge heute, die teile ich bewusst, damit du weißt, damit bist du nicht alleine. Denn ich arbeite ja mit vielen Kunden und Kundinnen und genau da bekomme ich ja mit, was gerade los ist. Und ich selber bin da nicht außen vor. Auch bei mir kommen gerade noch mal alte Themen hoch, wo ich denke, hey krass, die habe ich mir doch schon ein paar Mal angeguckt, wieso jetzt wieder? Ja, und es ist aber so, dass wir jetzt noch einen Moment, so eine Zeitqualität haben, wo wir noch mal wirklich genau hingucken dürfen. Was tut uns wirklich gut? Welche Routinen tun uns gut? Welche Menschen tun uns gut? Was stärkt mich? Was nährt mich in jeder Art und Weise? Und auf der anderen Seite eben wirklich zu gucken, was kostet Energie? Wonach bin ich erschöpft, müde? Ja, was frustriert mich? Was verbittert mich? Und was bringt mich auch von mir selbst weg? Denn auch das ist im Moment sehr krass fühlbar, dieses immer wieder von außen weggerissen werden. Also Beispiel, du nimmst dir vor, du möchtest dich jetzt besser um dich kümmern, du möchtest auch mal alleine irgendwas Schönes machen, sei es mal in Ruhe ein Buch zu lesen, einen Kaffee oder irgendwas anderes zu trinken, mal ein bisschen Yoga zu machen und schwuppsdiwupps da Tag um. Und du kamst ja nicht dazu, weil von außen jeder etwas wollte. Und was passiert, wenn wir uns keine Zeit für uns nehmen? Wir entfernen uns von uns selbst. Wir fangen an, unseren wundervollen Körper nicht mehr wahrzunehmen und sind permanent in unserem Kopf. Und unser Kopf, der spielt alle möglichen Szenarien immer wieder durch, wie in der Dauerschleife, damit wir an alles denken, damit wir sicher sind. Und das ist ja nur eine Fake-Sicherheit. Und deswegen geht es mir heute in der Folge mal drum, wirklich noch mal zu sagen, was sind die Dinge, die du jetzt tun kannst und solltest, das, was mit dir resümiert, damit du mehr bei dir selber bleibst und dich nicht vom Außen permanent wie so ein Flummi da rumschießen lässt. Und es steht und fällt immer wieder damit an, dass wir in den Körper kommen. Und dazu gehört tatsächlich Bewegung. Wirklich immer wieder tägliche Bewegung, je nach Human Design Typ und ob man einen aktiven oder passiven Körper hat, unterscheidet sich die Art der Bewegung natürlich noch mal. Der eine braucht ein bisschen mehr Bewegung und der andere braucht ein bisschen weniger Bewegung. Aber grundsätzlich alle Typen, egal ob passiv oder aktiver Körper, brauchen Bewegung. Und damit wir im Körper ankommen können, ist die Bewegung wichtig. Und da schau mal, welche Art der Bewegung macht dir Freude und die integriere. Das kann bei dem einen sein, dass er super gerne spazieren geht. Beim nächsten kann sein, dass er super gerne reiten geht. Der nächste klettert gerne, der nächste geht gerne auf Stand-up-Board und paddelt wieder die nächste oder der nächste joggt. Es ist ganz egal, welche Art der Bewegung es ist, aber bitte Bewegung. Danach fühl doch mal rein, wie geht es dir nach der Bewegung? Wie hast du dich vor der Bewegung gefühlt? Ich sage bewusst nicht Sport, sondern erst mal einfach Bewegung. Weil viele haben eine Abneigung zum Thema Sport. Das stelle ich auch immer wieder fest. Und was ist Sport? Sport ist Bewegung. Beim einen ist es mehr, beim anderen ist es weniger. Und auch da völlig wertfrei. Also mal aufhören zu sagen, ja, ich muss aber regelmäßig walken gehen, damit mein Gewicht fällt. Oder ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Nee, du musst davon gar nichts. Du kannst und du darfst die Dinge tun. Die, die dir gut tun, wo du das Gefühl hast hinterher, es geht dir besser, du hast mehr Energie. Und mehr Energie heißt einfach, du fühlst dich kraftvoller. Die Aufgaben sind für dich leichter, die jetzt da sind. Und du bist mehr in so einem glücklicheren Zustand. Ja, wir reden immer von der Energie, aber es heißt schlussendlich, schlussendlich nichts anderes als, du hast wirklich wieder Kraft, die Dinge zu tun. Du fühlst dich gestärkt und tust die Dinge dann. Darum geht es bei der Bewegung. Und da ist mir wirklich wichtig, plan das fest ein und dann zieh es wirklich durch. Und wenn du es nicht einplanst, ist der Tag um und du sitzt da und sagst, oh, ich habe mich heute wieder nicht bewegt, ich mache es morgen. Und dann machst du es übermorgen und überübermorgen. Und wenn du es aber nicht eindrägst, wirst du es immer wieder verschieben. Und ich meine, durch meinen schweren Kletterunfall, durch den Gräbs, durch alles, was ich erlebt habe und verbunden auch mit meinem Nahtod, weiß ich, wir sind hier und haben diesen wundervollen Körper bekommen, für den wir jeden Tag dankbar sein dürfen. Denn ohne diesen Körper könnten wir keine Erfahrungen machen. Wir könnten nicht fühlen, wir könnten nicht wahrnehmen, wir könnten nicht riechen, schmecken, wir könnten nicht lieben, wir könnten, ja, nichts wahrnehmen, nichts fühlen. Und wie oft gehen wir eben so schlecht mit unserem Körper an, um und, ja, wertschätzen ihn nicht. Also sei es dir wert, dich jeden Tag zu bewegen, je nachdem, was sich für dich gut anfühlt. Wenn du da mehr wissen willst, welcher Typ du bist, was dich wirklich stärkt und unterstützt, dann hol dir einfach einen Kennenlerntermin, findest du unten in den Shownotes. Wir sprechen, wie und mit was ich dich unterstützen kann. Es ist in jedem Fall auch drin in meinem Vitality Glow Programm. Da ist es auf jeden Fall auch einer der Bausteine. Ja, jetzt trinke ich erst mal einen Schluck. Der zweite Punkt ist das Thema Pausen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin da auch kein Meister oder keine Meisterin drin. Das Thema Pausen funktioniert bei mir auch tatsächlich nur, wenn ich sie aktiv einplane. Ansonsten vergesse ich sie auch in meinen Tuben. Ich bin ja manifestierende Generatorin, habe immer wieder viel in meinem Kopf. Ich habe mein Business, ich habe die Kinder, meinen Körper. Durch den Unfall darf ich regelmäßig trainieren. Ich habe Freunde, also auch bei mir geht der Tag schnell um. Das heißt, wenn ich Pausen nicht bewusst einplane, vergesse ich sie einfach und merke am Ende des Tages, warum geht es mir nicht gut? Und warum sind die Pausen so wichtig? Wenn du eine Pause machst, dann hast du die Chance, mal in dich reinzuspüren. Wie fühle ich mich gerade? Fühle ich mich angespannt oder entspannt? Und was braucht mein Körper gerade? Was brauche ich also wirklich gerade? Was würde mir jetzt gut tun? Diesen inneren Dialog kannst du nur führen und dieses wahrnehmen, wenn du eine Pause machst. Und auch da wieder, je nach Human Design Typ, ist es wichtig, wie auch die Gestaltung der Pausen ist. Bei den einen ist es wirklich total wichtig, sich mal hinzulegen, nichts hören, nichts sehen, die Augen zu schließen und mal 15 bis 20 Minuten wirklich runterzufahren, das System mal neu zu resetten. Und bei den anderen ist eine Pause eher, ich setze mich hin, ich lese was, vielleicht bewege ich mich auch, aber ich bin im Jetzt und schaue immer, was ich jetzt möchte, was ich jetzt brauche. Vielleicht ist es aber auch nur, dich einfach mal rauszusetzen und mal wahrzunehmen oder auch in die Natur zu gehen. Pausen können sehr unterschiedlich sein, aber Pausen sind wichtig, um mal bei dir wieder anzukommen. Im Prinzip mal das Hamsterrad, einen Moment zu stoppen und dann zu gucken, was brauche ich, was will ich. Und beides, egal ob die Bewegung oder die Pausen, sind total wichtig, um mal aus deinem Kopf rauszukommen und wirklich mal da anzukommen, wo du ins Wahrnehmen gehst, wo du ins Bewusstwerden gehst und nicht in diesem Kopfkarussell permanent die Dauerschleife zu wiederholen. Das kennst du vielleicht auch, also ich kenne das definitiv. Wenn ich nicht auf meine Bewegung, Pausen achte, dann ist mein Kopf total verselbstständigt im Dauerkarussell, was mir irgendwelche Storys erzählt. Was auch auf jeden Fall hilft, aus dem Kopf rauszukommen, ich sage es immer wieder, das Journal, also das Schreiben. Schreib dir alles aus dem Kopf einfach mal raus, damit es aufgeschrieben ist und im Kopf mal Ruhe einkehren kann. Und mit diesem Aufschreiben entspannt sich der Kopf mal und gleichzeitig kommst du in der Regel auch zu so einer gewissen Klarheit. Und das tut einfach total gut, und beruhig dein System, dein gesamtes System. Also mach das unbedingt, wenn du permanent merkst, du bist im Kopf. Du kannst es morgens machen, du kannst es abends machen, du kannst es zwischendurch machen. Also einfach mal ein paar Minuten aufzuschreiben, was ist gerade in meinem Kopf los, was beschäftigt mich, hilft wirklich. Also ich sehe es immer wieder, bei mir sowieso, aber auch bei allen meinen Kunden und Kundinnen, es befreit wirklich, aus diesem Karussell mal da auszusteigen. In der aktuellen Zeit ist es auch absolut unerlässlich und wichtig, und wer mich kennt, weiß, die Predigt halte ich immer, raus in die Natur. In der Natur können wir uns mit der Erde verbinden, mit der Umgebung verbinden, mit uns selbst verbinden und einfach mal wirklich durch die Natur gehen und ob du jetzt dabei einen Podcast hörst, ein Hörbuch hörst oder einfach wirklich in der Stille gehst, entscheide das einfach für dich, das, was sich für dich gut anfühlt. Aber einfach mal raus in die Natur und mal durchatmen und dich wirklich mit der Natur verbinden und am besten noch in den Wald gehen, denn wir wissen, die Bäume tun uns total gut, wenn wir dort durchatmen. Du kannst dich aber auch mal an den See setzen und einfach mal aufs Wasser gucken und die Gedanken schweifen lassen. Auch das tut total gut. Ja, und durchatmen. Immer wieder durchatmen. Also wirklich schließt mal die Augen, atme tief ein und tief aus. Atme wirklich, wow, hier gewittert es jetzt gerade, wo ich den Podcast aufnehme, crazy. Ja, atme wirklich tief ein und weite dabei deinen Brust, deinen Bauch und mit dem Ausatmen lass mal alles los an Anspannung. Und mit dem Atmen kannst du dich immer wieder mit dem Hier und Jetzt verbinden, denn hier und dem Jetzt, in dem Moment, wo du atmest, ist alles in Ordnung. Und mit dem Atmen zeigst du auch deinem Körper, hey, es ist alles okay, wir sind sicher. Das heißt, auch dein Nervensystem beruhigt sich. Und wenn du Atemtechniken wissen willst, melde dich bei mir. Ich kann dir gerne welche anleiten. Es gibt dazu auch viel zu lesen. Aber ich sage, das Wichtigste ist, tiefes Ein- und tiefes Ausatmen. Wenn du das machst, da tust du dir so viel Gutes. Und das wirklich immer mal wieder mittendrin im Tag. Ja, und natürlich, mit was näherst du dich? Und da geht es wirklich auch darum, was isst du? Was konsumierst du? Welche Art von Nahrung? Absolute Empfehlung für alle ist, regional und saisonales Essen, denn das stärkt und unterstützt auch nach dem Jugenddesign alle Typen. Aber je nach Typ ist es natürlich auch noch mal wichtig, bei dem einen, unter welchen Umständen esse ich, wann esse ich, wie esse ich. Und mir ist aber wichtig, im ersten Step, dass du wirklich mal bewusst schaust, was isst du? Was schiebst du dir in den Mund, auf Deutsch gesagt? Ist es etwas, was dir wirklich gut tut? Und ja, es kann mal ein Stück Schokolade sein, weil du jetzt gerade das Gefühl hast, du brauchst diese. Dann isst dieses Stück Schokolade, aber dann genieß es und schimpf nicht hinterher mit dir. Und es wird aber nicht so sein, dass du permanent nur Schokolade willst. Der Körper wird dir auch Signale zeigen, was er möchte. Und beobachte auch mal vielleicht, wann, warum willst du die Schokolade? Manchmal ist es einfach so, dass wir uns belohnen oder vielleicht auch ein bisschen uns damit Liebe geben. Also schau einfach mal hin. Nimm das mal wahr und nicht einfach nur essen, 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 sondern bewusstes Wahrnehmen und versuch wirklich regional, saisonal dich gut zu nähern. Und wenn du mit der Ernährung merkst, irgendwie geht es dir nicht richtig gut damit oder dir ist nicht klar, was wirklich gut für dich ist, dann auch da, hol dir einen Kennenlern-Call. Mit dem Vitality-Claw, da gehe ich auch genau über die Human Design-Analyse mit dir hinein. Wir schauen anhand deiner Geburtsdatenzeit und Ort, was ist die richtige Ernährungsweise und gleichzeitig, wie kriegen wir die in deinen Alltag integriert? Auch welche Glaubenssätze stecken da aber vielleicht bei dir beim Thema Essen? All das sind die Punkte, die im Vitality-Claw genauso wie Bewegung, Umgebung und vieles mehr mit drin ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Und den Link findest du auch in den Shownotes. Also ich kann es dir ans Herz legen, wenn du einfach immer merkst, irgendwie esse ich zwar schon regional, saisonal, aber so richtig geil geht es mir nach dem Essen nicht. Und da mal hinzugucken, dafür bin ich gerne da, melde dich einfach. Ja, viele Menschen fühlen sich auch gerade aktuell alleine, einsam, ja, nicht zugehörig. Und was passiert? Früher, wenn wir eben nicht zu jemandem gehört haben, also nicht zu einer Gemeinschaft gehört haben, hieß das der unmittelbare Tod. Weil es einfach früher keine Möglichkeit gab, wenn man überlegt, in der frühen Zeit alleine zu überleben, sich mit Essen zu versorgen, in Sicherheit zu sein. Das ist heute anders. Heute heißt es nicht der Tod. Aber diese Urangst ist in uns verankert. Das heißt, schau mal hin, wo gibt es Menschen, die dir gut tun, die dich stärken? Und wo sind vielleicht Menschen, die dich schwächen oder auch noch mal ihre eigenen Ängste und Zweifel auf dich übertragen? Also geh mal genau hin und wenn es keine Gemeinschaft gibt, wo du sagst, die passt für dich, ja dann schau doch und baue eine neue Gemeinschaft auf. Guck, wo sind Menschen, die sich für ähnliche Themen interessieren? Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Menschen, die sich einfach wie du auch vielleicht im Moment allein fühlen? Geh aktiv und schau, wo kannst du dich mit Menschen verbinden? Sei es über sportliche Aktivitäten, sei es über Interessen, Hobbys, die du hast, Malen, Kräuterkunde, ja vielleicht auch die Liebe zum Wasser. Guck einfach mal und geh den Schritt, dich wieder zu verbinden. Denn gerade zerbrechen auch wirklich viele Beziehungen und Freundschaften. Es sortiert sich neu und da, wo was geht, wird auch wieder was kommen. Aber die Zeit dazwischen, ich weiß, da fühlt man sich oft alleine und deswegen schaffe Verbindungen. Zum Thema Schlaf, wie wichtig der ist, hört ihr unbedingt die Folge 16 nochmal an, da habe ich sehr ausführlich zum Thema Schlaf gesprochen. Also wenn du nicht gut schläfst, hör in diese Folge mal rein. Und gerade heute, wo ich den Podcast aufnehme und auch jetzt nachher veröffentliche, hatten wir gestern unseren monatlichen Call zum Neumond und wir treffen uns mit einigen Frauen immer im einen Monat zum Neumond, im anderen zum Vollmond, um darüber zu sprechen, was ist gerade los. Und auch das ist eine Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig stärken. Es geht dann nachher in die Verbindung auch direkt mit den Raunächten weiter. Und auch das sind Möglichkeiten, mal zu hören, ach, mir geht es gar nicht alleine so. Und das hilft zwar in dem Moment nicht, aber es beruhigt, in dem du feststellst, mit mir ist alles okay, auch andere fühlen sich gerade so, weil im Moment einfach die Planeten so sind, die Energien so sind. Und ja, ich habe die Fähigkeit, viele Ausbildungen mir erlauben zu können, gemacht zu haben, viele Erfahrungen, eigene Erfahrungen zu haben, aber auch mit all den Menschen, die ich begleite. Und gleichzeitig eben total angebunden zu sein und Dinge wahrzunehmen oder zu erkennen, die nicht immer mit dem rationellen Verstand erklärbar sind. Und ich habe die Fähigkeit, eben auch Menschen miteinander zu verbinden. Und all das fließt auch in diese Calls zum Beispiel rein, die einmal im Monat sind. Wenn du da Interesse hast, ich teile auch diesen Link nochmal in den Shownotes. Das sind die Mond-Calls mit den Raunächten. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie du für dich sorgen kannst, wie du für dich tun kannst. Die Tipps habe ich dir mitgegeben. Und wenn du aber merkst, puh, ich hänge hier und ich komme trotzdem nicht weiter, ich bräuchte mal so einen Perspektivwechsel. Jemand, der von außen guckt, der mit den Rücken stärkt oder mich auch mal an der Hand nimmt, ja, dann melde dich. Hol dir einfach einen Kennenlern-Call, lass uns mal reden und wir schauen. Oder vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, ja, da kann ich auch gut reden und mich mitteilen und es wird nicht bewertet und dann tu das. Also Kommunikation ist sehr, sehr, sehr wichtig und achte aber auch darauf, über was sprichst du. Denn das, über was du sprichst, das wird mehr. Also auch da bewusst hinschauen, was sprichst du den ganzen Tag, wie sprichst du, auch wie sprichst du über dich selbst und da einfach mal in die bewusste Wahrnehmung gehen. Ja, so, damit habe ich jetzt mal so das geteilt, was dich jetzt gerade stärkt, was dir Klarheit verschafft und ich wünsche dir viel Freude beim Umsetzen. Wenn du Fragen hast, melde dich. Wenn du Themen hast, schreib mir super gerne. Wenn dir mein Podcast gefällt, hilft, freue ich mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder auch, dass du den Podcast weiter empfiehlst. Mir ist es wirklich ein Anliegen, ja, Menschen in ihre Kraft, in ihre Stärke zu bringen, dich näher mit dir selbst zu verbinden, damit du in deiner Mitte bist und dich nicht so von außen steuern lässt und damit so ins Straucheln kommst, sondern dass du wirklich in dir ruhst. Egal, welcher Sturm gerade da draußen tobt, also hier ist gerade ein mega Unwetter, passt ja gerade zu dem, was ich gesagt habe. Also, von Herzen, alles Liebe, alles Gute und bis bald. Das war der Powerlicht-Podcast. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du nimmst wertvolle Erkenntnis und Tipps mit. Deine Energie ist der Schlüssel. Mehr Infos und Coaching-Angebote findest du auf www.power-licht.de Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat, freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Herzlichen Dank für deine Wertschätzung und dass du mich dabei unterstützt, damit diese Inhalte noch mehr Menschen erreichen. Denk daran, du hast die Kraft, dein Leben zu verändern und deine Lebensfreude zum Leuchten zu bringen. Bis zum nächsten Mal, deine Andrea.